Ich bin Mustafa, ich habe den Dönerback erfunden, ich habe den Döner revolutioniert. Das muss unser Reporter Martin Dunkelmann checken. Zeig mal her, diese Weltneuheit, wo ist das? Komm mal rüber. Das ist er? Ja. Guck mal hier. Der hat quasi aus diesem kleinen Laden in Gera die Dönerwelt auf den Kopf gestellt. Das finde ich mega interessant. Auf die Idee kam Mustafa vor 16 Jahren. Er hat genau analysiert, wie die Leute ihren Döner essen. Seine Idee, ein Döner, den man im Supermarkt kauft und zu Hause aufbackt. So soll alles frisch sein. Warum sein Döner aber so ganz anders aussieht, dazu später. Du tust das im Backofen, zwölf Minuten später hast du deinen frischesten Döner, den du jemals gegessen hast. Wo machst du das? Bei mir, in der Produktion. Du hast eine Fabrik gebaut oder was? Wir haben eine riesengroße Fabrik gebaut. Das finde ich Sinn.